Leute Willkommen zum nächsten Let's Play GTA 5 wir fahren jetzt mal ich hab mir ganz weit überlegt wohin wir fahren zum S oder zum S und hab ich mir gedacht was noch einmal äh mach du guck mal hier das fang so ein Freaks machen wir noch drei machen wir noch erstmal hier das zu Solomon und dann fahren wir zum Fragezeichen und dann zu F wenn wir das alles nicht in einer Mission schaffen egal ah wenn wir jetzt zum S fahren ja ich glaub was dann passiert was wir von der Mission kriegen wenn wir da nicht lieber das sind vier ähm und geht das nicht aus wir dürfen doch nicht von da rein sagen wir aber jetzt ok komm lass erstmal lass erstmal lass erstmal Fremde und Frieden ich steig doch ein leise oh verdammt ähm wo ist das beim Sohn Fick und ich nehme das an den gleichen Tag immer wieder mal gleich auf weil mir ist langweilig geht 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 2.000 Fuck. Scheiße, scheiße, scheiße. Oh Gott, ich wollte doch noch helfen. Mir selber. Ich kann ihn. Go hin, go hin, go hin. Find your right-hand guy, him go, getting going. Sieht aus wie der Seat Leon. Dankeschön Busfahrer, ein Ruf auf unseren Busfahrer, 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 ein Ruf auf unseren Busfahrer, Busfahrer, hoch. Jo, wir werden nicht mehr geirrt, das ist geil. Hab ich jetzt erst gemerkt? Also, ich hab mit dem Let's Play angefangen, weil jetzt Talk wird langweilig. Weil wir langsam nicht mehr wissen, worüber wir reden sollen. Oder was wir machen sollen. Was ist denn dieses Fremdrundrund? Ach, Paparazzi. Was zur Hölle? Ich bin geschickt mit der Kamera, ja. Ich weiß jetzt nicht, ob wir das gehen sollen. Ich weiß nicht, ob wir das gehen sollen. Ich bin geschickt mit dem Samen. die die Limo ach ja also wir fahren hier der 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 J-M-R! Hh-h-h-h Ha ha. Das war's gut. We might do better than to shut the fuck up. Don't say we're off the road, man. K- Wait, they don't call us a silicone slatter for nothing. It looks like a bloodshed in a wind tunnel. Gott, I look how tough. Man, no wonder this whole town's in there. You're a fucking mad fucky, you. Die kriegen wir noch. Ja, dein Motorrad ist. Du schiffst ihn. Ja, dein Motorrad ist halt nicht so schnell. Das war geil, Alter. Franklin ist tot. Ja, davon nur. Stört, Mann. Also aufpassen, was ihr macht. Bitternicht nochmal von neu, alles. Bitternicht. Nur den Paparazzo ausschalten, okay? Ah, mein Rücken. Rücken, 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 Rücken. Ah, okay. Das ist das freiste Teil. Du gehst hier bei uns, Alter. Du liebst doch schwarze Daffy da. Auf ihre Art alles machen. Ich hätte die Kamera genommen und zerstört. Weil sonst findet ja jemand die Kamera. Und ja. 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 Wacht fort! Die Sparten, Alter! Okay, dieser Idiot, eh! Der will cool sein! Will ich dann ein Paparazzo! Hat mir ja auch mal ein Let's Talk Paparazzo! Oh, 90 Minuten! Woah! Fuck! Oh, meh! Wieder Druck! Kommen wir ohne uns noch eine Waffe? Weil nur mit Nacht mit Stole komme ich nicht aus! Halt die Fresse! Ey, was geht? Ja, ne Panzerung wäre auch mal gut! Dormgewehr! Kein Geld mehr! Verdammt! Verdammt! Spacko! Mann! Jetzt habe ich nur noch 8 Dollar! Ich wollte Panzerung nicht holen! Zu teuer! Ich muss nur meinen Laden aushauen! Jo! Dann bis zur nächsten Folge! Da wird wieder Mission gemacht! Nicht nur Paparazzo! Bis dann! Ciao! Bis dann! Bis dann! Bis dann! Bis dann!